So, gerade in dieser Zeit ist ganz wichtig, die Zeit gut zu nutzen. Und ich weiß, dass viele von euch haben gewisse Ziele, was man erreichen möchte in den nächsten Wochen oder vielleicht in den nächsten Tagen. Dafür habe ich einen kleinen Tipp. Eine App zu nutzen, das heißt WOOP. W-O-O-P. WOOP. Es kommt von einem Professor, Dr. Gabriele Ottingen aus Hamburg. Sie arbeitet auch in New York in der University und hat seit 20 Jahren Forschung gemacht in Zielsetzung und Motivation. Und was macht Sinn, um dahin zu kommen, zu ihren Zielen und die Ziele zu erreichen. Und mit dem System, was sie entwickelt hat, ist wissenschaftlich geforscht, dass man praktisch bessere Chancen hat, ihre Ziele zu erreichen, als das normale Zielsetzungsprozess. Warum? Da komme ich dazu. Okay, so WOOP. The V, das steht für WISH. Das heißt, was wünsche ich mir in der nächsten Zeit? Wo will ich hin? Das O ist für Outcome. Das heißt, wenn ich das erreiche, dann was bekomme ich dafür? Also, was kriege ich denn für eine emotionale Belohnung? Was tut das für mich, was gut ist oder für andere Leute, was gut ist? Die andere O ist Obstacle. Was steht denn in meinem Weg? Für mich, in mich drin? Vielleicht, weil ich wenig Müd habe. Vielleicht, weil ich zu ungeduldig bin. Also, was steht vielleicht in mich drin als ein Obstacle, das im Weg steht oder in meinem Umfeld. Und ein P ist für Plan. Also, was ist der Plan? Wie ich da hinkommen könnte? Wie könnte ich das denn erreichen? Und wenn man geht durch diese Schritte, dann hat man gute Chancen, ihre Ziele, ob das kurzfristig oder ein bisschen langfristiger ist, zu erreichen. Dabei kann man die App auch mal schauen, kann man runterladen, und kann man da schon gleich anfangen. Viel Spaß damit!